Und Tina weiß natürlich auch, man kann so einiges beim Schminken falsch machen. Deshalb haben wir Tipps für das perfekte Make-up auf brisant.de bei uns. Und jetzt zu einer ganz besonderen Liebesgeschichte, die viel mit Treue zu tun hat. Und rein gar nichts mit Schickimicki, Partys und Luxus auf Sylt. Denn so wie Anke Schmitz auf ihre Heimat Sylt eben blickt, so können es nur die eingefleischten Insulaner wahrscheinlich. Warum Freunde sich Schrankenanken nennen und wie Dünenrodeln funktioniert, all das hat sie uns erzählt.